Herzlich willkommen zu einem Video des Projektes OER für die Lehrkräftebildung – Handlungsstrategien für heterogene Klassen der Universitäten Oldenburg und Vechta, gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Zusammenarbeit mit der Universität Flensburg. Verlaufsdiagnostik Teil 1 – Eine Einführung Im vorliegenden Video Teil 1 wollen wir Ihnen zeigen, was man unter Verlaufsdiagnostik versteht, wo die Möglichkeiten aber auch die Grenzen liegen und welchen Nutzen das Verfahren für inklusiven Unterricht bietet. Außerdem stellen wir Ihnen Kriterien vor, anhand derer Sie bestehende diagnostische Verfahren bewerten können. In einem zweiten Teil haben wir Verlaufsdiagnostik für die Bereiche Lernen und Verhalten noch etwas näher dargestellt. Mit den vorliegenden Videos möchten wir erreichen, dass Sie Verlaufsdiagnostik in den verschiedenen Ausprägungen kennenlernen. Wir möchten Sie anregen, diese im Unterricht einzusetzen und so Ihre Lehrkompetenz steigern, damit Sie den Herausforderungen von inklusivem Unterricht gelassener entgegensehen können. Wie wir in unseren Videos und Materialien immer wieder betonen, arbeitet Inklusion präventiv und zielt auf gemeinsames und wirksames Lernen aller Schüler und Schülerinnen ab. Ausgangspunkt für diesen Ansatz sind deren Vorwissen, Kompetenzen und Interessen, an denen sich ein guter Unterricht orientiert. Mehr dazu erfahren Sie auch in unseren anderen Themenpaketen guter Unterricht und inklusive Bildung. Um präventiv zu arbeiten, müssen Schwierigkeiten möglichst frühzeitig identifiziert werden. Die gängige Status- oder Prozessdiagnostik erfasst entweder falsche oder richtige Lösungen und identifiziert gegebenenfalls einen Problembereich. Beide Arten der Diagnostik sind im Schulalltag wichtig und geben Auskunft über das Leistungsniveau von Schülern und Schülerinnen, beispielsweise auch im Rahmen der Feststellung eines sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfes. Hier werden sie angewendet, wenn bereits massive Schwierigkeiten aufgetreten sind, die mit den Mitteln eines regulären guten Unterricht nicht mehr behoben werden können. Hinweise auf eine geeignete präventive Unterstützung lassen sich aus diesen Verfahren allerdings nicht ableiten. Daher wurde in den USA bereits in den 70er Jahren aus der Sonderpädagogik heraus die Verlaufsdiagnostik entwickelt. Diese hat sich dort so gut bewährt, dass sie auch im deutschsprachigen Raum immer mehr Verbreitung findet. Die Verlaufsdiagnostik rückt den individuellen Entwicklungsprozess der Lernenden ins Bewusstsein der Lehrkräfte. Grundlage dafür ist, dass die Faktoren für einen erfolgreichen Entwicklungsprozess bekannt sind. Die Verlaufsdiagnostik nutzt diese Informationen, um den Gewünschten mit dem tatsächlichen Entwicklungsprozess zu vergleichen. Durch diesen Vergleich können Stolpersteine frühzeitig identifiziert werden. Daraus wiederum lassen sich gezielte Unterstützungsmaßnahmen ableiten und es wird gegebenenfalls der Bedarf an intensiverer, individualisierter Intervention sichtbar. Durch die engmaschige Überprüfung und Beobachtung ausgewählter Fähigkeiten zeichnet sich die Entwicklung ab, die Schüler und Schülerinnen nehmen. Wird gleichzeitig eine Unterstützungsmaßnahme durchgeführt, wird auch deren Wirksamkeit sichtbar. Bei einer positiven Entwicklung wird die gewählte Unterstützung beibehalten. Bei einer ungünstigen Entwicklung kann die Maßnahme zeitnah ausgetauscht werden. Dieser Prozess trägt erheblich zur Wirksamkeit einer Intervention bei. Voraussetzung für eine erfolgreiche Förderung ist, wie gesagt, dass der gewünschte Entwicklungsprozess bekannt ist. Aufgrund der Komplexität solcher Entwicklungsprozesse beschränkt man sich bei der Verlaufsdiagnostik auf einen ganz bestimmten, klar umrissenen Bereich, bei dem Ausgangs- und Endpunkt exakt definiert werden können. Bei der Beschreibung des gewünschten Entwicklungsprozesses sollte beachtet werden, dass viele Leistungen, die Schüler und Schülerinnen erbringen sollen, auf Teil- und Vorfertigkeiten aufbauen, die ihrerseits teilweise nicht aktiv vermittelt werden. Für viele Schüler und Schülerinnen funktioniert das auch und ist unproblematisch. Sie konnten notwendige Voraussetzungen im Vorfeld erwerben. Aber bei Schüler und Schülerinnen mit ungünstigen Ausgangsbedingungen und fehlender Unterstützung kann der Entwicklungs- und Lernprozess hier scheitern. Der Einsatz von Verlaufsdiagnostik rückt mit den Entwicklungsprozessen auch diese Teil- und Vorfertigkeiten ins Bewusstsein der Lehrkräfte. Wenn diese sich auf solch umfangreiche Art mit den Inhalten des Unterrichts auseinandersetzen, profitieren am Ende alle Schüler und Schülerinnen. Die Lehrkräfte werden ihren Unterricht von Anfang an an den Erfordernissen für einen erfolgreichen Entwicklungsprozess ausrichten und werden das Wissen darum auch an ihre Schüler und Schülerinnen weitergeben. Wie kann Verlaufsdiagnostik im Unterricht eingesetzt werden? In jeder Klasse lernen viele Schüler und Schülerinnen bereits erfolgreich. In manchen Situationen bestehen jedoch möglicherweise Schwierigkeiten im Lern- oder Entwicklungsprozess. Wenn diese mit den üblichen Mitteln eines guten Unterrichts nicht ausgeräumt werden können und trotz verschiedener Maßnahmen weiterhin Stolpersteine bestehen, möchte die Lehrkraft nun genauere Hinweise für eine effektive Unterstützung bekommen und entscheidet sich dafür, Verlaufsdiagnostik einzusetzen. Zunächst muss sie dafür bestimmen, welcher konkrete Entwicklungsbereich betrachtet werden soll. Dafür ist es sehr hilfreich, sich nicht auf ein Defizit zu konzentrieren, sondern sich an dem gewünschten Ziel zu orientieren, also festzulegen, welche Fähigkeit oder welches Verhalten der Schüler oder die Schülerin in Zukunft zeigen soll. Ziel dafür bleibt die Erreichung der allgemeinen Ziele von Unterricht und Entwicklung durch die entsprechende Schülerin oder den Schüler. Nun wird der gewünschte Entwicklungsprozess formuliert. Was sind die Ausgangsvoraussetzungen, also welches Vorwissen, welche Kompetenzen und Interessen bringt der Schüler oder die Schülerin mit? Was ist das konkrete Ziel? Wie soll der Weg dahin aussehen und welche Teilfertigkeiten müssen dafür berücksichtigt werden? Dann wird der Schüler und die Schülerin mittels geeigneter Methoden beobachtet, um ein objektiveres Bild von der Situation zu ermitteln. Dies kann sowohl durch tatsächliche Beobachtung, aber auch durch verschiedene andere Verfahren geschehen. Wie konkret vorangegangen wird, ist stark von der jeweiligen Thematik und den Begleitumständen abhängig. Für die Bereiche Lernen und Verhalten haben wir das in jeweils einem eigenen Videonäher erläutert, schauen Sie gerne auch dort vorbei. Diese Beobachtungen liefern Ergebnisse, auch Messpunkte genannt. Es ist wichtig, mehrere Messpunkte, also mehr als fünf, zu ermitteln, denn die Ergebnisse sind von vielen Faktoren abhängig. So spielt die aktuelle Situation, in der beobachtet wird, ebenso eine Rolle, wie welche Personen die Beobachtung durchführen. Ausschlaggebend für die Auswertung ist daher die Entwicklung, also die Veränderung, die bei den Schülern und Schülerinnen feststellbar ist und nicht der einzelne Messpunkt selbst. Um eine geeignete Unterstützungsmaßnahme zu ermitteln, wird, wie schon erwähnt, die dokumentierte Entwicklung mit dem gewünschten Entwicklungsprozess verglichen. Dieser Vergleich gibt Hinweise, an welcher Stelle der gewünschte Entwicklungsweg verlassen wurde, woraus sich wiederum eine Unterstützungsmaßnahme ableiten lässt. Ist diese festgelegt, gilt es, sie in geeigneter Weise umzusetzen. Die Lehrkraft hat also festgestellt, was gefördert werden sollte und muss nun festlegen, wie die Maßnahme konkret im Unterricht durchgeführt werden soll. Die Unterstützungsmaßnahme wird nun durchgeführt und die Messungen werden fortgesetzt. Nachdem erneut mehrere Messpunkte erhoben wurden, kann deren Auswertung zeigen, ob die gewählte Maßnahme den gewünschten Erfolg zeigt. Ist die Verbesserung eingetreten, war die Intervention erfolgreich und kann forstgesetzt werden, bis das angestrebte Ziel erreicht wird. Dann ist die Intervention abgeschlossen. Trotzdem werden weiterhin einige Messpunkte bestimmt, um zu bestätigen, dass auch nach Absetzen der Interventionsmaßnahme der Entwicklungserfolg dauerhaft erhalten bleibt. Hat die Maßnahme nicht den gewünschten Erfolg gezeigt oder stagniert oder verschlechtert sich die Situation, kann sofort eine neue Interventionsmaßnahme angesetzt werden. Dann wiederholt sich der Prozess so lange, bis das gewünschte Ziel erreicht wurde. Die Auswertung der Messpunkte geschieht schriftlich und oftmals auch visuell. Sie kann der Lehrkraft aber auch den Schüler und Schülerinnen und deren Bezugspersonen helfen, auch kleine Fortschritte wahrzunehmen. Diese Art des zeitnahen Feedbacks ist sehr motivierend und hat erheblichen Einfluss auf einen positiven Verlauf der Interventionsmaßnahme. Dabei sollten die Ergebnisse im Rahmen des individuellen Potenzials der Schülerin oder des Schülers interpretiert werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Förderung sich an den tatsächlichen Bedarfen sowie den aktuellen Rahmenbedingungen orientiert. Im inklusiven Kontext hat sich dieses Verfahren bewährt und lässt sich auch in den Unterstützungsbereichen Lernen und Verhalten einsetzen. Mehr dazu können Sie in unseren entsprechenden Folgevideos erfahren. Trotzdem hat das Verfahren auch Grenzen. Verlaufsdiagnostik stellt zusätzliche Anforderungen an die Lehrkräfte, denn der Einsatz von Verlaufsdiagnostik verlangt, dass der Entwicklungsweg klar, konkret und kleinschrittig vorliegt. Durchführung und Interpretation der Ergebnisse erfordern außerdem viel Wissen rund um die Thematik. Weiter muss Verlaufsdiagnostik langfristig eingesetzt werden, ab einem Zeitraum von sechs Monaten oder mehr. Kurzfristigere Einsätze liefern nicht genügend Informationen über den Entwicklungsprozess und laufen Gefahr, die eigentliche Problematik zu verfehlen. Das häufige Messen stellt Herausforderungen an die Unterrichtssituation, denn es soll den Unterricht nicht stören und muss schnell und gut durchführbar sein. Durch die vielen Messungen besteht leider auch die Gefahr, dass gelernt wird, wie die Aufgaben erfolgreich zu bestehen sind und dass das eigentliche Ziel darüber in den Hintergrund gerät. Insgesamt ist der Einsatz von Verlaufsdiagnostik etwas aufwendiger und kann deshalb nicht für alle Mitglieder einer Lerngruppe durchgeführt werden. Eine Erleichterung wären fertige, erprobte Verfahren, von denen es zurzeit leider nur wenige gibt, allerdings kommen immer mehr hinzu. Beispiele stellen wir in den Videos des zweiten Teils exemplarisch vor. Verlaufsdiagnostik bietet aber auch eine ganze Reihe von Vorteilen, weshalb sich ihr Einsatz lohnt. Wie schon beschrieben erfasst nur die Verlaufsdiagnostik Probleme im Entwicklungsprozess selber. Daraus lassen sich wiederum gut Möglichkeiten zur Unterstützung ableiten und auch ein intensiverer, individualisierter Interventionsbedarf wird hier sichtbar. Häufige, aber kurze Überprüfungen mit einer Dauer von ein bis maximal fünf Minuten lassen sich für einzelne Schüler und Schülerinnen gut im Unterricht durchführen. Die kontinuierlichen Messungen überprüfen nicht nur den Entwicklungsprozess einer Schülerin oder eines Schülers, sondern zeitgleich auch die Interventionsmaßnahmen, was insgesamt die Wirksamkeit der Förderung sicherstellt. Darüber hinaus ermöglicht die Dokumentation der Entwicklung ein zeitnahes Feedback an die Lehrkräfte, Schüler und Schülerinnen und deren Bezugspersonen und selbst kleine Teilerfolge können miteinander gefeiert werden. Dadurch erhöht sich die Motivation, dran zu bleiben und die Erfolgsaussichten, das gewünschte Ziel auch zu erreichen, steigern sich erheblich. In der Praxis hat sich die Verlaufsdiagnostik im inklusiven Kontext bewährt, der Nutzen wurde gezeigt und es liegen eine Reihe von bewährten Instrumenten und Tools vor. Insbesondere wenn auf evaluierte Verfahren zurückgegriffen werden kann, wird die Arbeit mit Verlaufsdiagnostik erheblich erleichtert. Leider stehen wie gesagt aktuell noch nicht genügend ausgearbeitete und evaluierte Verfahren zur Verfügung. Aber die Forschung ist aktiv und in Zukunft ist mit weiteren Verfahren zu rechnen. Bis dahin kann es sich lohnen, eigene Aufgaben zu entwickeln, auszuprobieren und zu teilen, denn so kann inklusives Unterrichten erleichtert werden, selbst wenn die eigenen Versuche nicht allen Kriterien solider Diagnostik entsprechen sollten. Sehr hilfreich ist hierfür der Austausch im multiprofessionellen Teams, in denen man sich gegenseitig unterstützen kann. Digitale Verfahren mit automatisierter Ergebnisdarstellung sind aber bereits vorhanden und in Zukunft sind mehr davon zu erwarten. Daher hier ein kurzer Exkurs, an welchen Kriterien man sich orientieren sollte, um gute diagnostische Verfahren zu erkennen. Das Verfahren sollte vielfältig sein. Das heißt, es bietet eine Fülle von Aufgaben auf verschiedenen Niveaustufen, die miteinander verbunden sind, sodass er für viele Lernende eingesetzt werden kann. Dabei bezieht sich die Vielfältigkeit darauf, dass viele Lernende von den Verfahren profitieren können. Hierbei ist zu erwähnen, dass sich die Vielfalt auf die gesamte Klasse bezieht, also dass ein Verfahren für viele unterschiedliche Niveaus eingesetzt werden kann. Im Hinblick auf die einzelnen Schüler und Schülerinnen ist es wichtig, dass im Rahmen einer konkreten Überprüfung das Schwierigkeitsniveau gleich bleibt und so immer dieselben Anforderungen überprüft werden. Nur dann kann man die Ergebnisse miteinander vergleichen, um eine Entwicklung sichtbar zu machen. Die Tests müssen praktikabel, also gut durchführbar und auswertbar sein, damit sie sich gut in den Unterrichtsalltag integrieren lassen. Sehr wichtig ist auch die Zuverlässigkeit der Tests. Das heißt, die Testergebnisse müssen gut übereinstimmen, auch wenn sie zu verschiedenen Zeitpunkten und durch verschiedene Personen durchgeführt werden. Das Verfahren sollte schnell durchführbar sein. Damit ist gemeint, dass Durchführung und Auswertung zeitnah erfolgen können, damit sie als Feedback für die weitere Förderung effektiv genutzt werden können. Auch die Aussagekräfte ist wichtig. Möglichst viele Messungen dokumentieren den Lernprozess und ermöglichen so informative und zuverlässige Ergebnisse. Und schließlich sollte das Verfahren effektiv sein. Das heißt, dass es auch geeignet ist, zu messen, was gemessen werden soll. Verfahren, die diesen Kriterien weitgehend gerecht werden, können gut im Unterricht eingesetzt werden. Unser Fazit. Der Einsatz von Verlaufsdiagnostik. Ja, schon das Wissen um die Entwicklungsprozesse hat präventive Wirkung auf die Entwicklung von Schulproblemen. Insbesondere digitale Verfahren unterstützen Lehrkräfte bei der Durchführung und Auswertung von Verlaufsdiagnostik und stellen somit eine Arbeitserleichterung dar. Sie bieten oftmals den Vorteil, dass sie von den Schüler und Schülerinnen selbstständig und zeitsparend durchgeführt werden können und die Auswertung automatisiert zur Verfügung gestellt wird. Das daraus erhältliche Feedback lässt sich positiv für den Fördererfolg einsetzen. Einzelne evaluierte Verfahren stehen bereits zur Verfügung und für die Zukunft ist mehr zu erwarten. Bis dahin lohnt es sich, bei Bedarf eigene Aufgaben zur Überprüfung zu erstellen, auszuprobieren und zu teilen. Dabei ist die Arbeit in multiprofessionellen Teams mit den Möglichkeiten der gegenseitigen Unterstützung und des Austausches ein hilfreicher Faktor für einen erfolgreichen Einsatz der Aufgaben in einer Verlaufsdiagnostik. Abschließend lässt sich sagen, dass Verlaufsdiagnostik nicht die Antwort auf alle Probleme ist, aber da, wo sie eingesetzt werden kann, ist sie ein effektives Instrument und kann inklusive Bildung wirkungsvoll unterstützen. Wenn Sie möchten, setzen Sie sich zum Abschluss mit folgenden Anregungen auseinander. In welchen Bereichen würden Sie Verlaufsdiagnostik einsetzen? Begründen Sie. In welchen Bereichen würden Sie es nicht tun? Begründen Sie auch hier. Für welche Schülerinnen und Schüler ist das Vorgehen besonders geeignet und wichtig. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, empfehlen Sie es gerne weiter. Aktuelle Informationen zu diesem Video, Literaturangaben und weiteren Materialien aus diesem Projekt finden Sie unter dem angegebenen Link und bei twillo.de. Scannen Sie einfach die QR-Codes. Dieses Video wurde unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht und ist zur Weiternutzung freigegeben. Die genauen Bedingungen entnehmen Sie bitte dieser Ansicht.